und herzlich willkommen zu unseren weihnachts adventskalender wir diese die folgen kommen jeden tag voraussichtlich wenn es alles klappt 18 uhr ja wir kümmern uns weiter so wie wir immer gemacht haben bloß das halt jetzt der ganze weihnachts rotz mit dem vordergrund steht man sieht wir haben eine riesen armada weihnachts kalender und aufgebaut ich glaube du ich nehme die oberste wir müssten theoretisch 28 da bis weihnachten abend ist nacht und zwar starke und ich kriege ein schokoladen eis was irgendwie nicht zu weihnachten war ich habe mehr meine meter du hast hauptsächlich glaube ich einmal marshmallows bekommen einmal ein cake masch eis dann hast du diese komischen video gekriegt und noch eine zuckerstange hast du bekommen was hast du noch ich habe einmal vier vanille eis marshmallow zweimal diese candy und super stamm und noch mal hier vier erdbeereis hast du auch noch einen kalender den habe ich schon ich hole mal eine kiste wo wir das zeug rein tun da reicht aber nur normale kiste so viel wird das ja nicht da kann man jetzt unsere weihnachts kalender ausbeute sehen von heute werden und dort schon stammt weitere kalender machen bei gelegenheit mal haben wir lust darauf noch wir haben doch noch 43 oder so hier unten kopf hier unten sind ja die portale ja so und jetzt stück schon mal da hoch geht direkt unter dem boden also hier so hätte spiel rausgerufen und jetzt auch sieht man nachher gebaut links und rechts ja das das wird noch mit stufen macht das ganze stelle machen haben ja genug koppelstone inzwischen kann ich das ja mal schnell machen oder es wird dieses jahr von mir auch nicht so eine blöde aktion geben wie letztes jahr mit riesen weihnachtsbaum ich werde da jetzt vorübergehende andere mod rein tun die bäume erzeugt die relativ aussehen wie ein weihnachtsbaum wie welche wort wurde da noch wie um 60 selner ist egal zumindest nicht werde da halt sollte beim rein machen da werde ich mir halt bei mich hinstellen müssen halt und halt setzen müssen wachsen lassen setzen wachsen lassen setzen wachsen lassen setzen bis ich auch mal reich weihnachtsbogen habe das geht mir auf den kranz das hat zwar spaß gemacht der riesenbogen da zu bauen aber muss nicht noch mal haben das ist brachte die welt auch zu sehr zum lecken obwohl es eigentlich bloß für eine einzige folge sein sollte oder beziehungsweise die komplette weihnachtszeit das soll schaut ja hier war das kleine mal am 23 advent oder nicht am 23 advent schon den baum angefangen so dass am 24 23 advent ja bespielt 23 dezember habe ich angefangen so dass ich am 24 dezember fertig bin dass wir uns weihnachtsfolge machen können die nie rauskamen weil mir meine festplatte abgekackt ist auch blöd ne aber es soll es schau drauf wobei ist vorbei und gut ist oder kann man nicht ändern merkt euch eins auf dauer dieses modpack ist und bleibt ein arschloch das macht nämlich nicht unbedingt das was wir wollen ich habe auch belegt ich baue hier rundherum nicht schön ich baue nur da wo so größere gänge sind und so da baue ich natürlich nur damit koppel zu ballern kann man nicht ganz sicher sind so und vielleicht schaffe ich es und da ist in der urkigen folge noch eine weitere mod drinnen die noch mal ein paar monster zufügt und auch ein paar geschenke noch mit wenn es klappt wenn ich da nicht jetzt ist ja war das problem dass die dass das bei seiner golde mal abgekackt ist wenn sie rein wenn man sagen macht wurden ja aber nicht von anfang an ja das war aber auch schon wie nachdem du den befehl difficulty genutzt hast dann aber der fehler das so war ist mir auch relativ egal warum das so war wir werden auch versuchen wenn es klappt in diesem kalender mal nicht vorzuproduzieren produzieren dass ich mich schwer werden wird da war ja eine stufe hier kann ich hier oben nicht reinsetzen eine stufe da musste springen ja wir wissen wenn du nicht vor produzieren ja ich will ich will damit sagen wir versuchen so gut wie nicht vorzuproduzieren es gibt da da lässt sich nicht vermeiden aber so weit wie möglich wird die folge immer in den tag aufgenommen wo es rauskommt außer 23 23 24 25 26 dort die wird produziert auf jeden fall unser western produziert so wir stehen jetzt bei sieben minuten so dann fange ich mal an uns beiden das erste weihnachtliche ding zu bauen oder nein das erste weihnachtliche ding das wäre was zu essen es gibt glaube ich schnell ich muss noch gucken wie so weit unten darfst du nicht hin so relativ also ja so da lässt du die höhe bestehen und dann buddelste das ist ein ziemlich komplizierte rapton leitung die jahren so wir haben das geschrieben schokolade und du dir sogar noch speed boost verpassen das ist doch bedingend da brauche ich gleich und rote farbe ach du scheiße jetzt geht's los äh haben wir rot schon da müssen wir haben naja gelb haben wir auf jeden fall so wenn ich gehe ich kurz fahren da brauche ich damit wir haben aber noch kognitiv ja so da brauche ich damit wir haben aber noch kognitiv da geht mal kurz auf kuhjagd war so kleinigkeiten was wir so machen wir versuchen auf screen hinzukriegen oder so wie zum beispiel die farm auf dauer die du da baust da du mit zwischendrin nochmal mit der folge reinschalten aber hauptsächlich geht das auf screen voran also das waren wir damit nicht fertig ich werde mich versuchen größteils weihnachtliche zu kümmern sehr gut es klappt aber schon was gibt es immer zu tun und der weihnachtsfarm vielleicht finde ich ja auch das erste offizielle item von wintercraft muss dazu aber auch sagen es ist hier so scheiße ich hab ja ein frozen meteor gefunden ja da bringt uns nicht viel passt da mhm da bringt uns diese komischen eisschart die man da hier oben ist auch noch mit johli drunter gekommen ja ich finde alles was ich nicht soll gerade aber die frau mir so zu genüge Weil daraus gar nicht mehr nehme ich meine Rüstung-Craften, die ich haben will, aus diesen Video. Du weißt ja, welche Rüstung. Du weißt ja, welche Rüstung. Du weißt die andere Rüstung, der ist gerade nachträglich reingeschlagen. Boah, das reicht dir nicht. Das wird ja eh alles der Weg gequert. So ist das so scheißegal. Ich würde sagen, da hat er da die Kompress 17. Wie viel rauskommt und wie viel nicht, das ist egal. Hier geht es nicht nach Effizienz, hier geht es aber nur darum, dass man es auch. Oder? Ja. So, ich habe einen Haufen von den Dinger, aber ich wollte mal noch Höhe. Die lassen gerade auf sich warten. Hier ist noch ein Meteor runter. Oh Gott. Die Welt wird lassen zertrimmert. Schaffe finde ich noch einen Haufen. Hier ist auch noch ein Meteor. Der ist auch frisch. ist der, den du immer haben willst. Da ist der mit der Magnetrüstung. Hier sind wir. So. Jetzt noch ein Meteor. Oh Gott. Ich rieche jetzt hier. Oh Gott. Ja, das reicht erstmal. Ich glaube davon habe ich jetzt einmal genug. So. Kühe habe ich noch ein Ding ausgefunden. Ich habe noch ein Ding ausgefunden. Ich habe noch ein Ding ausgefunden. Ich habe noch ein Ding ausgefunden. Mal gucken, was haben wir denn noch so schönes. Ich habe noch eine Schmiede. mit dem Mähter. Mit dem Mähter. Mit dem Mähter. Das. So. Und 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 so. Ich habe also das Brauch. Hast du die Kühe wenigstens mitgebracht? Ja. Das war ich ja unterwegs. Die Kühe habe ich gefunden. Nein. Du sagst du das Kuh und die Mäht wollte? Nein. Nein. Ich habe das mitgebracht. Ich habe das mitgebracht. Weil ich weiß, dass wir auf längerer Zeit gesehen brauchen wir mehr als nur eine Kuh. Das habe ich da auch mehr mitgebracht. So. Ich habe zwei Kühe mitgebracht. So. Und so. Also von diesen Meteoritencharta, äh, Meteorik Eisner und das heißt haben wir noch auf und von Ich stelle hier unten vor die Türe. Ich glaube eine 3er Höhe reicht gar nicht. Wenn ich das im Aufbau machen möchte. Nein, dann muss ich die andere Bahn. Obwohl, warte mal, ich kann es anders bauen. Brauchen. Ich möchte das gerne, ähm, Auto vermehrigen lassen und auch gleichzeitig absieben, äh, abpumpen lassen. Weißt du? Was? Ähm, die Kühe. Da sind zwei Dinger drin, die das dann machen. Und da reicht es nicht. Ich tue mal hier trotzdem mal das Glas wegschaben. Das ist gerade so. So. So, so, so. Er hat seinen Arm ja noch einen Haufen. Ha, ist ja ein Schwein. So. 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 Wie wick ich? Ich mein classics. Ich meine schön. rücken kommen über den ranger wenn das klappt komplett komplett der andere oben drüber jetzt noch mal wieder sehen wie das so zusammen geschrieben ok da brauchen wir erst mal den ranger ranger so brauche ich das heißt das heißt den kann ich ja inzwischen ja ich wollte ja ich wollte ja später die mechanismen kabel machen so ich meine da ist ein Ich muss auch noch gucken, dass ich die ein bisschen hoch geboostert kriege ich noch auf der letzten Stufe. Oha, die Zeit vergeht aber echt gerade schnell, weißt du? Also Vita wird schon keiner verspischen wollen, weißt du? Achtung, die Kiste hier unten, die Ender Chess ist gerade nicht an RME angebunden. Ich hab die jetzt gerade absolut noch von RME getrennt. Ranger, da brauch ich nochmal die Team, die erst 1, 2, die Pipes. Fehlt mir noch ein bisschen. So, dann habe ich das. Das ist die Blöcke, wenn man später bestimmt auch noch irgendwo brauchen. Oder? Welche Blöcke? Diese Plastik-Scheiße da. So, den Ranger habe ich schon mal. Wo muss ich den denn eigentlich hinstellen? Am Rand denn noch? Okay. So. Hier kommt das hin und hier in der Mitte kommt dann der Feater hin. Da ist es nicht wirklich viel. Ähm. Ne. Oder nicht. Plander? Ne. Welchen Mod ist das kleine Mod? Ähm. Mein Fisch Reveloaded. Warte. Warte dann. Ähm. Da haben du Fischer, Hurser, Arranger ... Arranger macht das doch ... Nee. Wo ist er? Ja. Ah, du Scheiße. Da brauche ich eine rosa Farbe, ich will es mich auch verorgen Was brauche ich jetzt? Ich brauche einen Hammer Wieso mache ich jetzt Zeit? Wie mache ich denn das? Mit Gravel Ja, bloß gut, dass wir noch Dings drin haben Oder Sekt mehr Ah, mach Sekt mehr, das geht am schnellsten, hast du weniger Platz Verlust So So das brauche ich weder noch gucken gehen auf deine garten schon so weit sind wenn ich glaube ich habe ich habe immer eine gehabt das habe ich schon mal soweit fertig so war das heißt wie hier bräder dafür was ist du für probleme da macht gerade nur sand ja dadurch macht er sagen ich habe das mit dem ding nur als tipp gegeben als du bist du kannst du glaube ich wenn ich was das menschen ein kriter brauche ich nicht dass die bräuchte ich weiß nein ich brauche den da genau so und das muss das ein klappen war ja ich hab den bräder fertig die wir ja ja zweiter packe da ist ein bisschen solarplatte drauf kann aber bei dem bräder also zwei solars noch mal gucken noch mal den gängigen erfolge durch die erste folge die büste doch mal voll aus wie immer ich soll es gleich kompressen ja ist doch egal welche solarblatt nicht machen will die ganze voll den arsch ich brauche von allen zu hier weiß ja gut so jetzt sind wir noch gar nicht gekommen doch haben wir doch von extra von kompressoren ex kompressoren gibt ja das ist so ganz so kann ich brauche gerade iron und wir sind dort im selben dominal zu scheiße war dann merkt ihr ich bin die meistens links das ist manchmal so einfach da user so kann ich hier bauen das ist gut so wir haben hier überall stromleiterung das weiß ich gerade aber selten so hier haben wir noch diese dinge cool das ist der freige drüber wir haben jetzt nur das auto ja oder auch die anderen da wo die normalen sie aber ich wollte mit auto heavy angehen ich kann nicht aber nicht nur brauchst du nicht hast du stahl naja merkst du das dann machst du das bei den normalen autosie ja ja super dann ist der kompressor unten jetzt zu fehlen sind sie da schlecht ja aber das machen wir dann später das haut dann später schon wieder hin naja das muss ich unbedingt jetzt schon laufen das reicht wenn es schafft zum laufen zu bringen wenn es in der nächsten feuch ist wenn ich die folge rendere kannst du ja an der kacke weiter bauen weißt du naja oder bei übernächsten folge reißt du auch wenn das schon fertig ist oder ich wollte es nur sagen ja ich habe noch eine leitung für die ich werde beide bauen aber ich kann in der beide öfen also real wie auch immer so wir haben wir beides ich würde beide bauen ich bau die immer so wie man sieht aus irgendwelchen ungeklärten gründen ich bin mal kurz draußen naja ja hiervon hast du noch sagen ich habe falsch 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 da hinten ist ein portal an der wand drin ja klar ja habe ich doch mühse ich in der folge gesucht die scheiße deshalb noch schon jawohl ich habe schon geschafft mit durchschlevenzen hier oben kannst du da fahren hier oben hau weg die scheiße man sieht es mal wie es aussieht wenn es bei ihr alles weg geht du bist voll es hängt ich habe ein teil auf gesammelt für durch ich glaube das reicht das mal wir haben auch schon mal ist das öl ne das ist was anderes ich glaube das latsch ist das glaube ich ich bin auch so ein gruppen besser das wir sind für naja das ist wie bei dir gestern in der welt von uns beiden ich bitte dich ins gut zu machen und schräg genommen haus ist ein baum da ist es gut wenn man sich weiß ist man am arsch oder so was in der maschine dauert so 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 hier habe ich doch die brauche machen die scheiße drei stück du willst mich rollen da waren meine länder schon wieder alle zu Hause weißt du was ich glaube wir machen das mit den weihnachtsfolgen ein bisschen anders die weihnachtsfolgen kriegen keine zeitbegrenzung die weihnachtsfolgen sind dann zu ende wenn wir das geschafft haben was wir schaffen wollten aha wie gesagt ich möchte jetzt zum beispiel gerne dass dieser feeder und alles da hinten läuft das ist mein ziel für diese Folge da meine ziele sind boogie ne du du stoppst ja gleich die größeren siedeln ich schnapp mir die kleineren du hast gesagt ich soll das bauen ich habe gesagt du kannst nicht du musst das ist ein unterschied ja wer soll das denn sonst machen ja auch wieder war du machst es ja nicht ich hatte ja gesagt sowas kann man ja auch auf stream bauen ja aber das gehört ja dazu ja wir haben es in jedem modpack jetzt schon drin genau ja und dann wird es doch mal den leuten auch langweilig oder soll sie sich angucken boah ich sehe sie noch gar nicht mit dem falschen Bein aufgestanden es reicht schon dass ich heute früh auf die Uhr geguckt habe wo ich auf stein bin und mir ist schlecht geworden ja ich brauche mal ein pulver habe ich hier bei mir auf der Reise ne ich habe das geht nicht ich muss aber erst mal gucken dass noch ein bisschen osmium ankommen ich habe die osmium mehr wo ist denn jetzt ja also scheitert ziemlich in der folge nämlich nur an diesen blöden tricksten ausmühen ah ich weiß was bei dir noch auf gesammelt hat ne ich habe dich nicht beklaut das war die ruhe ach so auch hier ist noch ein ostmium das glaube ich mal gleich noch was mir um ausmium 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 so was wollte ich jetzt eigentlich mit Sand äh ich glaube ach ja genau ich werde und ich habe keinen blauen dann haben wir selber also wieso zum Teufel geht das Rohr auch nicht raus weil ich die Kiste gerade geblockt habe weil ich die Kiste gerade nicht wollte dass es ins ME fließt weil ich das von hier drüben wenn das kommt hier drüben reinschmeißen wollte dass das dann das Plastikbrot ok würde schön danke schön du musst nur die Kiste hier unten an der einen Stelle wieder einstellen oder also ja zu dem was du bekommen hast du hast einmal so einen komischen Lebkuchenidioten da gekriegt ja du hast doch mal eine Candystange gekriegt du hast irgendwie ice cream magma cream creme den angekriegt und dann nochmal Schokoladeneis das hat deine Geste geklaut so eine Schweinerei ja kannst du mal sehen was ja und machen wir los so habe ich nur gesehen dass das die Kiste geklaut hat ich verbumfidel mal deine Tinker aus ach komm vielleicht deine Tinker da ist haufenweise Tin drinne das ist gerade sowieso am Arsch da war alles grüßen ja dann mach doch mal Lava rein ja bin doch schon dabei ich mach noch mal ich werde das dann später mal unterirdisch bauen dass sie wieder automatisch verfüttet wird mach doch oft gehen ich weiß mir jetzt mal hier schnell mal ein Stack von den ausnehmen so durch weil ich brauche es gerade unbedingt weißt du das ist scheißegal ich schau die kriegt man die scheiße irgendwie was denn ne ich wollte meinen aus mir und dazwischen schieben aus mir und hin vermischt sich nicht na komm her hier ja schmeiß rein ne nicht da in die Kiste die habe ich gerade ausgemacht geht nicht ok also müssen wir auf hr gewöhnlich ok gut das war scheiß ein Dreck das geht hier egal das ist aus mir um was ich jetzt hier habe das reicht erstmal so wie groß muss das Ding sein äh äh 18 27 glaub ich hm weiß ich nicht mir auch gerade die Wega so ich mach nämlich ja mal ein loschen das will mich doch loschen so 1 hm ich weise so mache wie ich jetzt mache kann ich mal gleich das große bauen große Platte da weißt du wir haben jetzt heute auch in der Folge war monster aus eigentlich gesagt ich habe vergessen sie wieder anzumachen aber ist egal der Rest der Folge bleiben sie es aus jetzt ich nehme uns den Gauen schöne scheiße egal ähm ich bin ich das jetzt noch mal durch ja zum stück dann muss ich das aus dem normaler so sie ein Stück so rutsch mal hier rein hast du eigentlich hast du eigentlich Solarplatten für den Fieter und Co ich könnte auch ihre eigene Stromversorgung bekommen ich wusste auch nicht viel oder ne ach nur so jetzt haben wir erstmal ein Haufen Solarplatten gemacht so ich brauche ich bloß noch mein Ring wieder so und damit kann ich jetzt hier oben drauf das da so dann müsste der eigentlich wenn es jetzt Tag wäre musste der eigentlich schon produzieren können und ich sitze auch wie auf dem Bett an der Stelle wie im Bett komische Sache malerweise ist das nicht so jetzt gerade ist es so in Co haben wir aber nur von Railcraft oder? den gibt es auch von dem wer ist denn der jetzt wieder? ähm 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 das ist der 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 wo ist er denn? das ist der Blast Brick ne Co 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 später erkennen können dass wir wasser fratzen sagen können dass nämlich nebenbei auch noch so lustiger nebeneffekt den ich damit erzeuger oder was hast du dazu ich glaube es weiß ich glaube so frei und du die die hier gefahren habe die dinger durchleicht anbauen nachher von dem weizen partikel sind aus gerade bei mir der eilt doch noch und runter und dann kommt dann einmal work oder die ganze zeit wieso denn da wird schon machen so er hat man voll mit bildstärken soll es noch mal gucken dass man vielleicht enttankt hinkriegen von mekanissen um den scheiß drinnen sammeln oder ich brauche tagen von mekanissen mann weil er mehr platz hat weil ich kann da hochgeben will ist den großen ultimate meister deshalb dann wartet doch lieber extra ich würde jetzt noch erstmal schon das was ich da habe schon mal sammeln ich habe jetzt die schnelle vanillesepplinge zwei mal vier mal also die hast du da oben gezündet ich brauche ich brauche also dringend kann man den unten mal kurz zu finden ja mach doch da ist es weiter drinnen also der arbeitet zwar schon aber der von der wird dreimal drei und alles kommt dazu auch immer ohne ohne freiraum vorsicht du brauchst den mörder fahrer ich hoffe dass ich bin in dir das zu arbeiten wenn ich bin ich mich um euch weil da muss ich mich erst mal was anderes bauen dass das geht oder geht was für ein schwein ich dachte schon der musste nachbauen wenn der die ja das durch ist na und obwohl sie unten rum steht mir den noch mal hoch ich muss ja sowieso und bleiben und ich versuche gerade nur noch weil diese höchste tank hinzukriegen ich hoffe dass es so schnell schaffen ist denke ich kann leider nicht viel dazu sagen weil die folge schließt nämlich schon wieder ein bogen um einiges deshalb versuche ich das erstellen zu schaffen oder probiere ich probiere es ich probiere es ist noch nicht und ich weiß denn ich habe oben was ist denn das los geht gerade nicht doch dann zeigt mir noch nicht an ja das ist also das ist stadtort im laufe verhalten was willst du verloren ich glaube ich weiß woran scheitert gibt noch mal den hammer das ist bestimmt irgendwo seit ich war ich glaube kann aber sein dass der pack einfach nur allgemein ist gerade ich glaube der pack ist allgemein rund um gerade da musst du dir noch mal zerstören ich mache den einfach nur ein block aus rupst du hast hin setzte rein und versuchte noch mal zu aktivieren egal dann ist das also der hat nämlich rund um den bild ich habe jetzt gerade geguckt es ist halt gut bestehend wenn der fehler da ist ist der fehler da und so der hat das zu machen so jetzt brauche ich noch mal dieses ja ich will doch gerade gar nicht mal die hat das heißt wie wird dieser mädel im fluss geschrieben ja jetzt hab ich schon gerade ich will mir was man noch mal zwei davon bauen solange das man auch nicht mehr machen ja 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 kommt in eine halbe Stunde ungefähr das schaffen wir schon ja unser wetter kam jetzt mal so offiziell sagen es ist in etwa so ähnlich wie hier im spiel nur dass es schon seit tagen lieblich ist aber kein schnee und wir sind im erzgebirge das ist schon so richtig so schämhaft man ist schon da wo es eigentlich schnee eigentlich ein standardprogramm ist eine standardprozedur fehlter schnee warum ist das aber so normal so das habe ich jetzt schon mal jetzt brauche ich noch mal ein paar von diesen anderen ich komme dann mal mit der ganzen scheiße also habe ich gepackt ja ja doch schon bald aufgebaut das sind die kochen das ist raycraft und das ist immer so ja genau bei den kokofen wenn du jetzt den von raycraft baust der ist vier mal drei und in der mitte sind zwei holräume bei den kokofen ja ich habe erstmal den von dem musik ja das ist ja das ganze so wollen das stimmt das ist einmal komplett 3 3 das so jetzt sagt jetzt geht's los jetzt geht's los jetzt geht's los jetzt geht's noch mal dann dieser tank idiot ich glaube ich habe gerade allgemeine empfehlung kann sein ich habe das das mal berg ist verpackt bis zum kennengelernt sie machen wir überhaupt keine ritze ich nehme das so der von vier mal drei also viel hoch scheiße wo baust du das scheiße ich baue mal da hin so guck mal der ganze hohe und nichts geschützt diesmal um war jetzt muss doch noch die das glas mitnehmen wir haben doch eine schüssel geschützene schätze haben wir doch oder besitzt mittels nicht ich bin ja immer schon in der hand musste doch eigentlich hatte daher geschützt egal da war ich mir schon ich habe kein beim bruch so das und noch hier das wollen wir haben doch haufenweise von diesen komischen beinern gemacht oder die beine 892 ach so ach hier gut wo ich noch ich habe verkackt der stoffe reichen hier rein dadurch dass er so verbracht macht er nicht nein du bist so muss ich dann später mal gucken dass ich vielleicht immer so ich würde es anders machen ich würde immer so nicht das modpack der stadt raus geschmissen wurde ich würde immer so frau schmeißen und einfach nur installieren und dann das modpack starten der blass für das genau so gut mein letzter wille war eine abgeknickt den lr und darum wir kommen im hohlraum kommen wir irgendwie bekannt worden kommen im hohlraum politiker dieser staat kommt im hohlraum oder hohlraum aber irgendwie falsch ich brauche später noch ein hohlraum du spielst kann man denn so in dem leben du musst einfach die gibt die gibt die hierher als grund ist nicht zu viel ich gleich eine handball es läuft es läuft es läuft vermehrt er hätte ich mal ja da vom herz geht auch bei uns geht so dass man kürzer und da brauche ich nicht bei manchen leuten den kopf gucken ich weiß dass ich kurz haben aber so guckst du die bin mal im innenraum in den tagen so und da kann ich gleich mal ein eimer nehmen ich hab's vor keinem was ich noch nicht mal ein und da kann ich nämlich dass ich mal beenden was ich eigentlich diese folge machen wollte die bin ich dann auf den sack so über die schokokommer ch marschmallows marschmallows mit zucker zucker ist mangelprodukt wir müssen mal gucken ich habe mal schocker aber genau ein schocker gegenüber so eine jokolade habe ich eine mitbrotten jetzt mal so bildstunde das und das ist gleich das da ist das müssen wir das noch mal durch den ofen schicken ich habe fertig erfolgt er ist erreicht das gibt mir für 30 33 für 30 sekunden speed die scheiße ich habe erzeugen im folgenden z erreicht was hast du hast einen haufen back gebaut egal das kannst du ja nicht ändern dran mensch das ist halt woher brauchte ich jetzt ist die linke für den hell wie sie ja also zumindest sie hat hier ein bisschen was ja zumindest ein großer back kalage gebaut aber das ist halt man kann sich ändern immer so ist ich habe gerade tierisch am arsch darum kümmere ich mich dann heute abend wenn ich dann noch ein bisschen weg um basteln da werde ich auch versuchen den back von dem wasser zu beheben da war das dann halt haben wenn ich dann ist alles ganz immer so viel also ich habe jetzt das soweit fertig wir haben kakao gemacht ich habe auch noch eine kleine schmuck im land haben unsere kühle die vermehren sich von alleine und dass wir irgendwas großartig zu tun müssen das ist auch gut oder was hast du dazu auch gepackt wie ist ein bier das ja hau nicht sehr weh so also wir haben und hierhin werde ich das dann auf screen bauen weil wir uns wahrscheinlich brauchen bis zum gett nun bei dem war das ja so wenn der folge macht ja seitdem du hast der pipe die nicht richtig herkommt dann ploppt die aus der pipe aus wie bei uns gestern ja ich will nur noch australien vorbereitungen zu machen also was weiß ich aus dem weitermachen dann wenn ihr überall luft runter wäre wäre das bisschen einfacher für mich also wir haben ja halt großzügig sparsam gebaut so also hier das habe ich jetzt bloß vorbereitet dass ihr es schon mal sehen sind was ich da mache das wird dann zu bocken das lang ist an der stelle so das war es und das jetzt auch bei dir wir produzieren cool ich habe einen plan ich weiß noch nicht ob sie den plan für guter ist ich möchte jeden tag ja eine stunde von dieser folge bringen hat und da kommt schon nicht eine halbe stunde aber wir wissen ja wie es aussagen ist jetzt bei einer stunde das hochladen da dauert ewig was hältst du davon wenn wir uns das vornehmen wir es schaffen und nicht gerade gerade ist wenn ihr ergo loko ist dass wir die tage einfach live gehen damit dass das einfach schon hochgeladen ist und fertig ja das kommt ja dann die achten wir können so 18 uhr einfach live gehen damit wenn ich gerade was weg ist sondern dem 8 uhr aber 18 uhr ist gerade am prozent machen halt dann frühst du aufstehst aber mal so lange live bis wir halt weg müssen weißt du vielleicht wieder weg da gibt es halt jeden behalt gibt halt auch kein intro dafür oder so oder ich kann das intro ja auch so ein spielen weißt du ja ich kann es in ruhe so einspielen das ist nicht das schlimme das geht das kriege ich hin heißt das sieht so gut verfüttelt aus am ende aber es wäre einfacher und wir bräuchten so viel hochladen meister dass wir nur die tage wie montag und dienstag zum beispiel laden müssten oder die tage im voraus produzierten weißt du ja damit sage ich jetzt offiziell wir danken für zuschauern wir haben bagellage geschafft warum auch immer das beschissen gerade haben wir noch was anderes außer kompressoren den von ex den wir haben von rf tools noch die kraft dann mache ich mir jetzt mal ein kraft weil die kompressoren die tun glaube ich wenn ich von dem matthew und gestern aus gehe also von das ja dann tun die nämlich kohle und so was nicht kompressen ja auch das hier ist so auch so ist weiß ich nicht du musstest du probieren und auch kohle oben worten war und auch schon testen oder wenn man es glaubt ob die auch reingezogen werden darum geht es also kompressen und also lag es eigentlich nur an den alten kabel gestern nur das ist auch nicht gewusst hat also machen wir uns das also mache ich mal noch mal okay dann sagen wir danke fürs zuschauen wir haben ich gehe gott noch mal von vorne wir haben bagellage gemacht fehler proben wenn ich fliegt ganz raus wir haben der erste halbe ist es die automatisierung gebaut ohne schlecht wird vor sagen ich würde es auch so weit bringen dass es besser als das sind sehr weh läuft noch ja dass wir das haben wir brauchen nur noch unser kraft brauchen das habe ich so vor ich will es nur kompressen damit ist dann auch wieder ja dann habe ich geschafft milch zu produzieren und das im autosystem wir haben sogar schon wie viel wird 54.000 milch haben wir schon zusammen so unsere fieser werden automatisch verdoppelt und verdreifacht und vervierfacht das macht mein breeder automatisch mein harvester der tut den scheiß machen da könnte man theoretisch hier praktisch sogar noch hier scharfe scheren lassen die auch leider gottes durch das auch noch vorgesehen was mir eigentlich recht sein soll ja das machen wir dann alles ausgehen soweit die vorbereitung und damit sagen wir danke fürs zuschauen ich hoffe es hat gefallen die erste folge von uns hat wenn es kalender mit 28 tage noch bis weihnachten wie sagt dann 34 wird mit gezählt warum auch immer in diesem jahr weil meistens abends die bescherung ist ja deswegen denke ich mal zählt der ganze tag noch nicht vermutet anders das ding heißt ja winter kraft also auf englisch und bei der amis ist die beschärung erst am 2 am ersten weihnachtsfeierdach also am 25 wahrscheinlich ist das so sein ja das ist kein deutscher gemacht da ist mir auch egal diese folge sagen wir danke und ich hoffe es hat gefallen und wir sehen uns in der nächsten folge von winter kraft wieder daumen hoch kommentare da lassen abonnenten werden und damit sind wir raus und tschau und tschüss